Musik Wir haben Fremdsprachen ab dem ersten Semester, wir haben ein integriertes Auslandssemester, wir haben Sprachdozenten, Native Speaker bei uns und internationale Vorträge auf Englisch, auf Spanisch von verschiedenen Partnerhochschulen und von international agierenden Unternehmen und ganz klar internationale Projekte. Ich erinnere mich, ich habe im vierten Semester bei National Model United Nations mitgemacht, das ist ein Planspiel der Vereinten Nationen und war dann als Delegation für die ISM in New York im Headquarter und das war einfach das Projektbezugnehmend auf Internationalität schlechthin. Ich bin in Dumbling gewesen, war eher skeptisch, weil ich nicht unbedingt Lust hatte auf ein Auslandssemester aber ich finde, dass man im Ausland auf sich alleine gestellt ist. Ich habe vorher auch ein paar Sprachschulen besucht und wenn man eine längere Zeit im Ausland ist, dann hat man auch einen ganz anderen Reifeprozess, weil man nicht wie in der Heimat die Möglichkeit hat, auf irgendjemanden zurückzugreifen, sondern komplett auf sich allein gestellt ist. Mein Auslandssemester habe ich in Spanien verbracht, in Malaga und das war für mich die bereicherndste Erfahrung bisher in meinem Studium, weil man einfach auf einer anderen Sprache studiert hat. Man hat viele tolle Leute kennengelernt, man hat auch die Möglichkeit gehabt, andere Studenten der anderen Standorte kennenzulernen und das ist super interessant gewesen und dieses Erlebnis möchte ich in keinem Fall missen. Das Studium hat viele internationale Aspekte. Die Sprache ist das eine, wenn man die Kurse richtig wählt, kann man über 50% der Kurse in englischer Sprache haben. Das hilft natürlich später im internationalen Kontext. Englisch ist eine Sprache, die ist dort gang und gäbe und wenn man sich auf das Fachliche konzentrieren kann, weil man die Sprache schon geübt hat, kann man Mehrwert fürs Unternehmen generieren. Wir haben ein Auslandspraktikum, was jeder Student belegt, plus ein Auslandssemester, wo sie in einem Rahmen von zwei bis drei Monaten jeweils wichtige Auslandserfahrungen sammeln können.